Ja, dann geht's auch schon wieder los. Eio. Neu Hunde, neues Glück, oder? Na ja, auf sicher. Neu Hunde, neues Glück. Na, müssen warten mit Autos sein, bis da alle connected sind, so. Search and destroy. Jawohl, Robin. Glück, auf geht's. Oh nein, ging's ja noch nicht. Ja, egal, den machen wir. L, G, M, B. Ich bin ja nicht mehr gespawnt. Easy clap, B. Ja, man, Xenron ist halt literally noch nicht mal mehr da. Er ist ein bisschen runter. Das heißt, der Rentner ist jetzt los. Das heißt, der ist mega verspätet. Ja, der ist gerade auf B angekommen, wirft gerade alles, was er hat. Guck, da ist er mich vorbeigerandet. Hinter mir. Der kam von, aus unserer Seite, Mitte, kam die Symtex. Äh, ganz schön scheiße jetzt. Rund, ich hab den ganz schön lange nicht gesehen. Ja, ich war gerade auf B und hab geplantet. Ah. Ja. Passt. Passt ja alles. Ja, ja, passt richtig. Passt richtig gut, Oper. War echt gut, ey. A-Spot. Er ist durch die Mitte gerannt. Fuck. Messer ihn. Robin, oben, ähm, Baumhäuschen. In wo? Baumhaus. Was ist denn Baumhäuschen? Er ist unten. Baumhaus. Hinter dir, unten. Juhu. Oh. Kommt da einfach um den Dicke gespürt. Das ist ein Baumhaus, Alter, keine Ahnung. Das ist das Häuschen da, wo man, äh, mit uns gehen kann. Oh, sorry. Genau hinter dir guckt. Boah. Ich hab ihn aber nicht getroffen. War auch gut. Search and destroy. Ja, ich hab nur Xerron vorbeirennen sehen. Denk mir, okay, scheiß drauf, jetzt wird gemessert. Jetzt, jetzt, ja. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wer ist denn da bei A? Robin unten. Auch A. Ich hab nur Xerron. Ja, ich hab auch im Nachladen. Guck's dir an, Junge. Ich denk mir, was macht der jetzt da? Shotgun, geh ihm den Kopf, Mann. Halbischot. Aber es juckt ihn nicht. Nein, nein, du hast mein Kopf verfehlt, ja. Und auf 30 Metern verloh. Hast du das gespürt, meinst du? Wom, Shotgun? Wahrscheinlich hat nur eine Kugel von den Zehnen, die da geschossen wurden, getroffen. Hat eine halbe getroffen, ja. Halt ich hier. Was bist denn du über mir, Mann? What the fuck? Äh, B, der war da beim Panzer. Ich hab den nicht gesehen. Du bist über mich drüber gelaufen. Ja, what the fuck? Ich seh doch plötzlich über mir, äh, 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 was läuft denn jetzt da? Nutz. Hau an's, Watt. Lebt noch einer, ne? Meinst du es? Viel zu langsam. Du musst brennen. Ah, ist schön. Ja, wo soll ich wissen, dass er die Eier hat, dafür, äh, ein Ding zu machen? Throws never fake, my friend. Nee, bei mir hast du dich gefaked. Ja, ich wusste ja auch, dass du da bist. Ich hab dich ja gesehen. In der Mitte. Mittleres Häuschen. Wo ist das Haus, meinst du? Oder weißt du es? Der andere ist immer noch, B, oben in einem Häuschen. Naja, nee, der sitzt da hinten. Schade, ich bin grad von hinten angerannt. Ich dachte, er kommt da. Er kommt, äh, von deren Spawn. Wir kommen von deren Spawn. Mami. Mami. Ich bin richtig sneaky. Da ist ne andere Seite. Osten. Er ist halt genau da, wo er vorher auch saß. Ja. Ja, hätt ich mal geguckt, als du weggeguckt hättest. Hm. Reto ist so simpel, der guckt immer dann, wenn du nicht guckst. Oh, nicht gut, Xamron. Boah, der hat einen richtig dicken Unhit von meiner Semmel gekriegt. Das stimmt nicht. Doch. Ich bin, lebe immer noch. 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 Einer mit der hier. Le. Scheiße, Junge. Ich dachte, der dreht sich nicht um. Der hat sich aber umgedreht. Ja. Ich hab kein Druck. Ich auch. Was kommt der da schon? Prefirend um die Ecke. Hallo. Und du bist schon da. Und schluckst wie Nigger. Ja, aber guck mal, wie du ein Prefire bist. Ich hab dich schon gesehen. Ja, sicher. Ich bin auf seine Brust. Er schießt mir in den Fuß erst. Er hat sich die Prefire. Also ich hab gekriegt, bevor ich dich gesehen hab. Ist der Opa-Gicht, ne? Ich merk's, ne? Wie bitte war das Redenung? Hallo. Nein? Äh, super. Ist mittel. Nein. Bei was bin ich überhaupt noch hier? Ich glaub, der war gerade im mittleren Gebäude. Sind wir da Richtung Mitte gelaufen? Und ich mich da nicht verguckt habe. Könnte halt jetzt aber wieder überall sein. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie denn? 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 ja natürlich hallo wir sind ein team wir laufen zusammen das ist ein teamspiel hallo und der romin leider nicht decken aber ja egal das hat ja schon gereicht hat funktioniert jetzt alle wir löften da jetzt bei anlangen nicht geil jungs nicht geil hat man dann boah junge ok da habe ich aufgehört zu haben habe ich mir der der ist schon tot ja war dem noch nicht so weil kummer wie viel kugel ich getroffen habe ich habe vier kugel davon drei kugeln davor getroffen und dem mehr volle kann ich ja schon tot war nicht so ja ok ja ok einer mitte da ist auch oben ist wieder ins haus zurückgegangen mitte und andere stand mitte irgendwo ich war auf dein kopf ach ja pass auf und dich trifft er nicht einmal das ist im haus noch safe das ist im fensterhaus ja der bewegt sich nicht das ist kenron obwohl es ja gut dabei spielt seine scar klasse mit der rente eigentlich normalerweise nicht so viel rum jetzt rennt er noch mehr pass auf wenn ich das jetzt gesagt habe rennt er richtig los oder der ist schon hinter dir ne unter mir darunter habe ich halt nicht geguckt hat halt meine waffe aufgehoben ich habe auch nie gehabt ja das war jetzt doofs timing aber easy junge müssen eben paar runden geben ich meine hier ist gut denkst du ich denke nicht denkst du ich kann nicht sein alter reto es kann nicht sein dankeschön die sache ist halt einfach literally hat vier schüsse wieder gefressen junge geht halt nicht drauf die waffe macht halt irgendwie nicht so viel schaden gefühlt ist ne acker da längsamste spieler eu west hier oder was ich habe jemanden so langsames gesehen das bist nicht du ja klar schade für mich einer ist mit einer ist mit einer ist mit ja der war wohl ich mit einer weiß man nicht wie xenron das hätte sehen sollen ah wahrscheinlich über reto selbst ne na hättest du denn gewusst dass einer mitte ist mit einer drohne mit einer drohne bitte weil ich war nämlich noch a-spot wir hatten eine drohne ja na klar hatten wir eine drohne das wusste ich noch ja war halt nicht gell obi ja ich bin allein ich bin allein schon wegen der flash ah der ist unter dem fenster bei uns auf der seite der wirft mich mit flashes und ich bin einfach schon tot warte deine reaktionszeit ist aber auch langsam holy shit meine ja man rennt ihr da durchs bild durch aaaa wir zählen doch auch mal ja aber komm du machst den jetzt easy easy clap ist ja nur reto ja easy pass mal auf oh ist ja auch immer noch b-seite oh immer noch b-seite ups das ist schon a-steht ne ok c4 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 boom claymore genau ich bin ja nicht gegen clevin clevin wats 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 war das bei roppe nicht drauf mein ich doch es war so er knifft gut auf die senkel auf alles klar er hat das geländer neben mir genifft er knifft erstmal die schnürsenkel auf das ist ja so ein easy kill gewesen dick junge mann ja und ich wusste dass er sogar noch a rennt naja kann er nicht immer alles haben das ist ja auch ne muss ja auch irgendwie so geben doch naja naja bist du ein kleiner mieser wichser ist noch nie in dieser runde einer da drüber geklettert und in dieser runde denkst du jetzt dass da einer drüber klettert ja ja der war b irgendwo auf dem parkplatz mann ah mann xendrons place ich denke mir einfach so ich stehe vor a unten in der halle was hat das mit playstyle zu tun what the fuck ich hör wie ne claymore geplantet wie ich denkst du ach so fuck alter jetzt rennst du nicht in die halle rein weil du hast bestimmt unten irgendwo links oder rechts ne claymore hingelegt da kletterst du oben drüber und dann ist da halt ne claymore gewesen aha doof ja so macht man das so ist richtig geil leto jaaa hast du ihn nicht gesehen nein der war mit hier oben in dem falle oh nice alter das war ja mal nett aber nachher ist ja glaube ich bin schon ein bisschen erschreckt junge aber nachher ist ja glaube ich bin schon ein bisschen erschreckt junge aber nur ein bisschen du hast glaube ich schneller die hinlegen taste gedrückt als du die zielen taste gedrückt hast ja hallo umso schneller ich liege umso schlechter können sie eben bei mir hast du ja nicht mal gelegen also als ich siehst du was ich meinen lück siehst du was ich meine lück ja weil ich lag schon das wird bei dir im verhängnis geworden weil ich hätte dich gekillt umstehen ja hallo THE PALMER HAS BEEN CLASSED booh war das ein bait oh war das ein bait booh das ein bait man komm ich noch zu spät also ein behindert ja das ist kacke alter hihi ja Warst du nicht genau auf b? doch Nein, natürlich nicht! Das ist meine Runner-Klasse, Alter. Was denkst du? Der Raketenwerfer war ein bisschen obvies da. Ja, deswegen spielen wir ohne Raketenwerfer. Er frisst 30 Schüsse. Der frisst halt 30 Schüsse, das Geländer ist halt sein Schutzengel. Ah, moin! Meinst du? Meinst du? Nein. Meinst du? Der ist einfach unten weiter gerammt. Der ist einfach unten, da draußen ins Flintenloh. Da, wo ich mir dachte, wo er langrennen wird dann. Ja, du ich das, leg dich hin. Dachte ich mir schon, wenn ich da unten hochkomme, dann habe ich geschissen. Ja, Luke muss halt wieder sagen, leg dich hin. Musst halt Posi verraten. Ey, ich musste aber auch Posi mal sagen, bis ich eine Antwort gekriegt habe. Ich bin nicht außen rum. Oh Mann. Das ist noch ein Premium, da? Piep, piep, piep. Abland. Ja ja. die nummer der grenade die schuhe ist noch schnell genug dafür naja einer unten mindestens einer er war draußen ich hab geschmissen die nadel ich hab Alexander und mit einer flashgranate getötet der ist doch das zweite mal schon vorgekommen ne das erste mal hab ich ihn mit einem Stuck von der Semtex getötet da kann man wieder Panic Knife nennen er überlebt einfach noch zwei Hits ja Reto in Mitte das war ja schon ekelhaft gell du hast mich nicht im Fenster gesehen ich hab schon aufgegeben ja Reto sieht mich im Fenster nicht ich schieß ihn viermal an und ich spring da nur noch um Ecke mit AK no scope gib ihm alles mögliche eigentlich steht auf Brücke und wir grinsen uns halt wieder gegenseitig an ja liebes Xenronchen ich soll eh gleich irgendwo auf A stehen oder A blenden Xenron ist nicht so ein A Typ Xenron ist nicht so ein A Typ aber war ein nettes Match diesmal habe ich es gemocht gegen Xenron zu spielen ja man sich der Map geht's gegen Xenron okay bis zum nächsten Mal ciao ciao